Gop ist überall für Sie da. Mit über 1400 Läden. Auf dem Land, in den Quartieren und in den Stadtzentren. Um so ein verschiedenartiges und dichtes Ladennetz zu versorgen, bringt Gop täglich eine enorme Leistung in der Warenlieferung. Das ist das Gop Zentrallager in Brattel bei Basel. Da werden jährlich über 100'000 Tonnen Waren abpackt, gerüstet und an die 23 Gop Regionallager spediert. Zum Beispiel noch Chateauneuf. Von diesem Regionallager aus wird auch der entfernteste Gop Laden im Wallis trotz hohen Transportkosten täglich beliefert. Schon heute Abend muss die Lieferung vor Ladenschluss auf den Betmaralp sein. Der Verlad auf die Seilbahn hat äusserste Sorgfalt und Präzision verlangt. Und jetzt geht die Luftfracht über eine Höhen-Differenz von über 1'000 Meter hoch zum höchstgelegensten Gop Laden in der Schweiz. Das geländegängige Fahrzeug übernimmt die letzte Etappe und bringt die Lieferung direkt zum Gop Laden Betmaralp auf fast 2'000 Meter Höhe. So leisten Gop seinen grossen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung. Mit einer täglichen grossen Auswahl an Frischprodukten, wie zum Beispiel die feinen Pfirsich. Hier in den sonnigen Pfirsichgärten werden sie gepflegt. Und wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen. Damit sie so bleiben, wie die Natur sie gibt, nämlich zart, saftig und gesund. Denn Pfirsich haben wertvolle Aufbaustoffe und viele Vitamine. Und schon sind sie bei Gop parat. Zarte, saftige Pfirsich zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip. Heute geerntet und morgen in Ihrem Gop Laden. Eine echte Gop-Leistung. Den Freizeitschuh Puma Clay Fairy für Kinder und Erwachsene gibt es bei Gop. Und in allen Diana-Geschäften zwischen 27,90 und 29,90 je nach Grösse. Und bis am nächsten Dienstag 250 Gramm Café du Connoisseur statt 3,80 nur 3,30. Und 225 Gramm Espresso statt 2,70 nur 2,20. Ein Päckchen Cambly Biscuit Mignon Citron für nur 1,60. Zwei Päckchen Petit Beur von Arnie nur 2,30. 500 Gramm Gop-Joghurt Natur für nur 75 Kappen und mit Früchten für nur 1,10. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 2 Liter Gopsunnenblumenöl statt 7,90 nur 6,90. Ein Kilo ausländische Pfirsich für nur 1,80. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen!